Am Samstag läuft die Übergangsfrist für die breit angelegten Corona-Schutzmaßnahmen aus. Denn das neue Infektionsschutzgesetz legt nur fest, was die Bundesländer machen dürfen. Konkret umgesetzt werden die Maßnahmen über Verordnungen der Länder. Ab dem 2. April ist nur noch ein sogenannter Basisschutz möglich. Dazu gehört etwa eine mögliche Testpflicht an Schulen sowie eine Maskenpflicht an bestimmten Orten, etwa in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Auch im öffentlichen Nahverkehr sowie im Luft- und Personenfernverkehr kann sie gelten. Die Pflicht eines Mund-Nasen-Schutzes entfällt im Einzelhandel, auch in der Gastronomie. Allerdings können Betreiber von Hotels und Gaststätten per Hausrecht entscheiden, ob sie die Maskenpflicht fortführen, erklärt der Branchenverband DEHOGA. Hotspots sind dem neuen Infektionsschutzgesetz zufolge Gebiete, in denen, Zitat, die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage besteht. Das ist dann gegeben, wenn sich eine gefährliche Virusvariante ausbreitet oder die Infektionszahlen stark steigen und zugleich eine Überlastung der Krankenhäuser droht. Dass eine solche Situation besteht, muss das jeweilige Landesparlament per Beschluss feststellen. Ein Hotspot kann sich dabei auf einen Stadtteil beschränken, aber auch größere Gebiete und sogar ein ganzes Bundesland umfassen. Im Falle eines Hotspots können weitergehende Maskenpflichten angeordnet werden, als die im Basisschutz vorgesehenen, etwa auch in Supermärkten. Möglich ist auch die Wiedereinführung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum. Außerdem erlaubt die Hotspot-Regelung bestimmte Test- oder Nachweispflichten. Viele Länder sehen für die Umsetzung jedoch hohe Hürden und fürchten, dass die Hotspot-Regelung vor Gericht keinen Bestand haben wird. Bislang haben sich nur die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg zu Hotspots erklärt. Die Regelungen des neuen Infektionsschutzgesetzes sind bis zum 23. September befristet.